Jetzt kommen wir zu einem Derby, das es noch nicht gegeben hat. Real Madrid gegen Atletico Madrid. Real Madrid hat einige Umstellungen gegeben. Abgänge über Zugänge. Ja, ein Neuzugang spielt gleich vom Start an im zentralen Mittelfeld. Okay. Okay. Muss ich da noch ändern? Es gibt eine Kapitänsänderung. Griechsmann ist Kapitän. Weiter. Ja, in Gruppe, die außerdem noch Juventus, Rapid, Finiard, Paris, Girona und Allianz. Jürgen, was hat es da jetzt? Okay, da kann man den Kapitän anscheinend nicht mehr ändern. Werden spielen, glaube ich nicht. Okay. Wir haben zwei Welttrainer. Jetzt ist es mal Golin. Wenn ich nicht höre, würde ich das da unten. Ja, es gibt natürlich auch unser schönes Forum. Wie das heißt, das könnt ihr sehen. Oh, schön durchgesetzt. In einer Beschleierung im Stream. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Das war jetzt. Finish. Oh, schön. Tizer Gomez. Tizer Gomez. Soll es mittelfeld stabilisieren? Absatz. Ja, den habe ich auch am Rabatt gehabt. So spät, wie ich finde ich habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, it's a lot. BAM! Yeah, it's a lot. You're standing so many feet between you and he's really going through. You have to have a lot of weight. Oh, it's a lot. There's no one in between. There's so many players there in the Strafa. Oh, it's a lot. 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 das war cool absatz schade 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 Ja, Madrid nimmt ein bisschen Druck jetzt raus aus den Spielen. Ja, Madrid nimmt ein bisschen Druck. 20 Minuten noch. So, und der letzte neue Mann kommt aufs Feld. Ein Alster. Hauen wir die Zwecke, gehen da rein. Ja, hier kommt auch ein Neuzugang. Asimovic, Legenda. So, das am Ball. David Villa. 20 Minuten. So, das war nichts. Ja, was man an dieser Stelle auch sagen muss, ab der fünften Champions League gibt es auch Verpräger für die Trainer, die eingehalten werden müssen. Oder sagen wir mal so, wenn nicht dann wird zusammengesetzt und geschaut, was man da machen kann. Oh, mutig. Nein! Oh mein Gott. Den hat er überhaupt nicht getroffen. Da ist er. Oh Gott. ... Oops. Bam. Komm, es macht's klar. Schön gemacht. Weiter, da ist keiner. Schön. Das war schön. Alter, wieso zeigt er den jetzt nicht? Jetzt hat er den Torjubel angefangen, aber er zeigt ihm nicht ganz. Jetzt ist die Chance abbrochen worden. Ist nicht gebraucht. Ja, noch der Anschlüsstreffer. Ja, so spielt leider. Jetzt setzt sich der Duo im Derby. So Leute, jetzt gibt es eine kurze Pause. Und danach geht es dann weiter. Genau. Mit der Wiederholung hat sich nichts geändert. Ja. 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 Ja.